Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mountain Farmers. Heute dabei der Darkie, der Lenny, der Werner, der Paul und der Michael. Hallo. Alle so zurückhaltend. Ich dachte so, soll ich jetzt noch sagen? Guten Tag, die Herren. Gut, hat doch geklappt. Guten Tag, die Herren. Irgendwas habe ich noch gewartet, ja. Ich auch eigentlich. Ja, das ist doch nichts. Gut, sorry, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. So. Warten, Buffet ist noch nicht aufgebaut. Kommt noch. Muss noch irgendwo gerade eine Wiese gemäht werden, Männer. Braucht noch einer irgendwie Hilfe beim Mähen? Bei uns vom Hof, die steile Wiese da. Sollen wir die jetzt machen oder sollen wir die noch lassen? Bei euch vom Hof, die quasi direkt gegenüber von unserer Wiese da, wo Lenny ist. Da, wo ich jetzt bin. Ja, okay. Dann ist er wohl für den erste Steilhang. Paul, kurze Frage, du, irgendwas mit Schwader, wie ich gehört? Ich mache die eine Wiese noch kurz fertig, dann komme ich zu euch. Soll ich den Schwader bei dir holen? Weil ich habe sonst kein nichts zu tun. Ihr könnt den Wickler kaufen und die Ballenpresse holen. Den Wickler hole ich gerade schon. Ballenpresse? Steht bei uns am Schweinehof. Dann fahre ich da runter und hole die jetzt. Wie komme ich denn zu eurer Wiese? Hier, wo die Straße runter. Die ist der Appendien. Ist nicht wirklich schwer eigentlich. Ja, ich war mir nicht sicher. Du reifst mir einfach die nächste Klippe und stürzt dich runter. Dann bist du bei uns. Wow. Entschuldigung. Die wollen nicht um die Ecke bringen hier. Ja, ich merke das. Und das nach, warte, nicht mal zwei Minuten Aufnahme, es läuft. Nicht um die Ecke, über die Klippe. Was habe ich euch getan? Wollen wir eigentlich auch die Zeit weiter vorlaufen lassen? Ach so, ja, das wäre eine super Idee. Das wäre eine super Idee. Die Wolken bewegen sich nicht. Nein, nein. Ja, ich kann es gerne gleich tun. Ich rutsche gerade vom Hang bei Vollgas. Ah ja. Gut, ich habe gerade Zeit. Auf welche Tasten habe ich das nochmal gelegt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Steuerung 5, oder? Ich muss mal gucken. Admin bin ich. Aussteigen und dann geht es. Ich muss hier mal rückwärts, Lenny. Ich komme nicht mehr voran. Wir bleiben heute alle in einem Raum, haben wir gesagt. Genau. Wir bleiben heute erstmal alle in einem Raum. Was uns in den Kommentaren, glaube ich, so auch gewünscht. Also bei mir hat es jemand geschrieben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Man sollte einfach mal ein bisschen was testen, wurde geschrieben. Auch mit Radio an und Radio aus. Und man sollte einfach mal ein paar Sachen testen. Perfekt. Genau. Also wenn irgendwie ein Team was zu besprechen hat, dann einfach in einen anderen Channel hüpfen. Ansonsten das normale Chaos, würde ich hier behaupten. Werner, ich glaube... Achso, Moment, du musst jetzt... Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, du bist zu weit. Aber nee, nee. Alles gut. Wolltest du mich wieder hinstellen, wie ich keine Ahnung hätte? Nein, ich dachte, du hättest abkürzen können. Habe auf die Map geguckt und dachte, nee, das klappt nicht. Ist schon angekommen, Uwe. Alles gut. Sehr gut. Den Hof von Paul. Der war doch da unten, ne? Doch ein weiter runter. Also das hier ist unser Kuhhof hier. Und ein weiter runter ist der Schweinehaus. Ja, die Herren haben zwei Höfe, die sie hier bewirtschaften. Der Nobel geht die Welt zugrunde, ne? Dafür habt ihr riesige Höfe. Fuck dir mal unser Hof an. Das ist eine Scheune und ein Stall. Eine schönen Minuten und es geht schon das Mimimi los. Ich wollte gerade sagen, jetzt sei nicht so bescheiden. Fünfte Folge Neuer Hof kaufen, oder? Zehnte Folge Reamot raus, was? Was? Davon träumst du. Oh Gott. Ich habe mich festgefahren. Nee, warte. Ich habe einen Kommentar bei Werner gelesen, dass er das doch eh nicht durchhält mit Seasons. Ah. Hast du auch die Antwort von mir gesehen darunter? Ich habe die Antwort auch gelesen, ja. Ich glaube, ich habe sogar ein Like dafür gegeben. Lenny, ne? Also Uwe hört sich regelmäßig an, wie er sterben würde hier. Ja. Ich hänge schon wieder, ne? Ich schaffe es mit meinem kleinen Johnny nicht diesen echt steilen Hang hoch. Kent musst du fahren. So. Du kommst doch auf den Berg hoch. Danke. Ein Balltier. Wirklich. Von wo? Du kannst mir gleich hinterher fahren. Ich bin aber nicht bei uns am Hof unten. Doch. Nein. Ich bin nicht am Hof unten. Ach du. Komm doch hierher. Ich bin aber schon halb den Buckel hoch. Ich fahre nicht erst runter und dann wieder hoch. Warum nicht? So, warte mal. Was sieht hier nach Ballenpresse aus? Das ist sowas Grünes. Ah ja, hier habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Kosten darfst du mal stehen, habe ich gehört. Ist schon ein Vorteil. Mit Überbreite fahren erstmal von so Leuchte an. Ist der nicht schon Überbreite, wenn man Zwillingsreifen drauf hat? Es kommt drauf an, wie groß ein Traktor ist. Nicht so groß. Ich glaube nicht, dass deiner über drei Meter kommt. Ne, nie im Leben. Nicht mal mit Drillingsbereifung. Hallo, was soll das? So klein ist es auch nicht, aber es ist halt, ich habe halt, ich muss ja nicht rumjammern, weil er vom Berg runterrot. Ja, tue schön. Mit genug Anlauf hat es auch geklappt. Gut. Gesehen, Paul hat seinen Traktor letztes Mal umgeschmissen. Was? Nein, nein, nein. Das war eine Täuschung. Das war in so einem Video zu sehen. War nicht Paul seiner. Ach so. Das war ein Vorführer. Genau, war ein Vorführer. Mir Angst. Haki, ich weiß nicht, ob wir uns den Traktor näheren sollten. Braucht eh keiner. Wah? Wir haben jetzt mehr als einen und kann eh keiner fahren. Einfach eine... Ja gut. Also hier ist echt schmal, das muss man einfach mal so sagen. Ja. Schöne Landschaft ist es. Das stimmt. Das leitet das Lenkrad hier richtig. Aber wirklich. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das besser kann wie der Uwe. Ja, wie man testweise hier rauffahren. Ja, selbstverständlich. Probier's. Aber Moment, das ist die falsche Ecke. Warum? Äh, ja Moment, ich zeig dir, du musst hier bitte versuchen hochzufahren. Hier bin ich, äh, krepiert. Hier so. Aber dann bitte auch mit, äh, mit eingeschalteten Mähwerk. Abkart, kein Star. Okay, soll ich dir meins abhängen? Geht. Ich wollte gerade fragen, ob ihr die Hälfte schon aufgesammelt habt, aber hier war ja nichts reif, ne? Nicht wirklich. Alter, der hang sieht gar nicht so steil aus. Ja gut. Anker, shit. Was fährst du noch hoch? Ich muss Vorgewände machen. Paule mit deinem Vorgewände, weißt du? Ja. Also wenn du auf der anderen Seite hochfahren würdest, ne? Da ist er wirklich nicht so steil. Mein Schwader schwadert aber nach rechts. Und irgendjemand hat hier so einen fetten Hobel hingemacht. Kann man umstellen. Er schwadert aber trotzdem nach rechts. Achso, wo hast du eigentlich unser Mähwerk hingestellt, Daki? Äh, das steht hier oben in der Halle. Ah, okay. Wenn ich den nach links rausschwenke, dann macht er nur zwei, hoppala. Ich spring mal einen Meter zurück, ne? Pass auf, die Kreise sind schnell. Aha. Äh, war es das schon? Wenn ich den nach links rüberschwenke, dann macht er zwei Schwaden. Achso. Ja, ist das doof, das stimmt. Mir gehört denn dieser schöne Hof hier eigentlich. Bist du über meinen angekommen? Ne, das ist ein Schafhoff, glaube ich. Stieglinger steht dran. Ja, der gehört, glaube ich, niemandem. Oh, der ist aber auch schön. Achso, Daki, ne? Ah. Wenn es nicht mehr passt bei uns, dann bin ich weg, du. Mit oder ohne Ehevertrag? Dann suche ich mir einen neuen kompetenten Mitspieler. Schwierig. So, hier. Home sweet home. Seh ich schon. Ich seh dich nirgends, also... Fängst du dann da unten auch an zu pressen, bestimmt, ne? Wenn du das willst, ja. Ja, Paul fängt ja da unten mit der Schwad an. Schätze ich mal. Paul, wo stand denn unser Mähwerk eigentlich? Ich glaub, das hat er noch keinen festen Platz. Ja, dann stell ich jetzt einfach hier in die Ecke. Oder es stand draußen in diesem Unterstand vorm Hoch. Das kann sein. Es ist immer so schön, wenn man neu anfängt auf so einer Karte. Wo stand eigentlich das? Ja, ja. Das Mähwerk stand noch nie irgendwo wirklich fest. Ich glaub, wir haben es immer nur von einem Weg ins andere gestellt. Also ich seh gerade, mein Johnny ist schon gut dreckig, ne? Ich biete, oder wir bieten hier auch gerne für die anderen, ne? Äh, kostenloser Hochdruckreiniger an. Komm, selber rein. Aschi? Ja? Bewegt sich mein Traktor bei dir? Was? Hast du das gleiche Problem wie ich etwa eben? Ja, tut er, Werner, aber nicht in der Geschwindigkeit, die tut ihr Wünscht. Machen wir Tempomat rein und geh duschen, ne? Das ist kein Problem. Ja, ja, ja. Wollen wir, äh, das geht Anbaugerät wechseln? Ja. Warte, warte, warte. Ich will das anlaufen. So, Uwe. Ja. Da musst du aber ein bisschen schnell weg sind. Ja, ich hab geguckt, das hat gepasst. Ach ja. Ohne geht's viel besser. Hier legt sich mein Traktor. Warst du bei einem Körper? Wäre, 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 wäre der Weg jetzt nicht so weit, ne? Würde ich das ja gerne nochmal mit meinem Johnny probieren, aber... Werner, wie viel PS hat dein kleiner Lindner? Oh, 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 oh. Philipp? Wie viel PS hat dein kleiner Lindner? Ach, ist eine gute Frage, warte, ich guck mal nach. Ja. Der hat 102 PS. Wow, das ist nicht wirklich viel, ne? Ja, kann nicht jeder so rumklotzen wie andere, ne? Ja, du, ist in Ordnung. Wenn man, wenn man die Fahne hochhalten möchte, ne, dann muss man halt mit 102 PS leben. Wow. Ja, bald kommt ein cooler Steyr-Mod raus, ne? Ich weiß nicht. Wieso in so'n 8000-irgendwer-Smot? So'n alterer. Alterer? Alterer. Alter, fahr doch vor. So, Taki. Ich bin bereit. Lass es raus, komm. Ich bin mir unsicher, ob diese Presse einwandfrei funktioniert. Ich glaub, die hat Fehler. Also, die soll ja nur 100 PS brauchen, ja, aber... Hast du etwa auch das Problem, dass du jetzt nicht mehr vorankommst? Und ich fahre 4. Das ist doch schon mal was. Ja. Das ist doch schon eine gute Geschwindigkeit für den Berg. Wer fährt denn nicht mal den steilen Berg? Ich fahr ja keinen Berg. Vielleicht nimmt er die Querbahn. Oh, naa. Bleib mir mal stehen und trink mal einen Eistee. Macht das. Ja. Hab mir verdient. Kein Apfelsat? Nee. Nicht unter der Woche. Ich auch noch fahren. Ich muss doch fahren, ja. Ich muss doch fahren, du. Meinst du, das wird bei Darkinophers? Du, ich weiß. Lass es schon drin? Ähm. 1.600. Weh, du sagst unter 80%, dann geh ich nach Hause. So schnell wird dann doch hier der Schafhof gekauft. Nicht stehen bleiben, Darki. Wollen wir mal ganz kurz tauschen? Hast du den zweiten Gang reingemacht? Ne, ich hab mal das Getriebe gewechselt, aber... Ja, ich seh ihn mit großem Erfolg. Ja, ich bin jetzt langsamer. Oh, doch, Mensch. Äh... Hört sich so, als ob es bei euch läuft. Ja, mit 4,2 kmh maximal, ja. Trink mal ab. Hast du die Wasserpumpe gekauft? Äh, ja. Dass Paul kommt. Paul, ich wollte noch einmal von oben nach unten versuchen, sonst. Nein. Ähm. Ähm. Kann das nicht wickeln, ne? Nicht? Auch bei den Versuchern, das geht einfach nicht. Wohin fährst du denn, du? Versuch einmal bergab. Fahr halt noch weiter weg. Mann, bleib doch hier. Wohin, es dreht um. Ja, dass bergab funktioniert, ist jetzt nicht so noch schwierig. Oh ja, das... Also... Also... Ja, also... Da piepst was. Da piepst was. Das klingt wirklich interessant bei euch. Äh, abladen. Du bist schon viel zu weit gefahren. Stopp. Der rollt doch runter. Ähm. Paul, Lenny, braucht ihr eure Seemaschine gerade? Also ich... Das kutzt einfach nicht. Ich fahre gerade Ladewagen, aber ich brauche keine. Theoretisch demnächst irgendwann mal. Du musst dich auch wieder zumachen, ne? Ja, ja. Hab ich gerade gemerkt. Wie viel willst du sehen? Äh. Weiß ich noch nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Zwei, maximal drei Felder. Wie viel Hektar? Ey, das... Ihr habt nichts viele Hektar. Mal Hektar zusammen. Kannst du holen. Nein, nein, nein. Alles gut. Aber, äh... Nein, nein, nein. Paul, unser Ladewagen, der funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Der liegt doch perfekt dabei. Ne, war ernst gemeint. Okay. Wollte ich gar nicht zum Hof hochbringen, deswegen. An den steilen Hängen mit voll... Fast voll mit 87% sind 11 kmh. 10 kmh, 10, 11 kmh. Geht. Haben wir nicht so einen schicken... Warte mal, wo war die Humpremse hier nochmal? Ö. Ach du Scheiße. Ja. Beinen werden nur bergab gepresst. Ja. Hat Paul auch Probleme? Ja, ich schaff's 6 bis 7. Okay. Ja, aber 6 bis 7 mit Reh ist doch schon okay. Also müsst ihr einfach sehen, der Ladewagen ist auch nicht schneller. Ja, ich... Sag mal. Jetzt klemmt er wieder ab. Das wird doch hier nix. Ihr könnt es erst mal Wald versorgen. Oh. Aber jetzt auch eine Handzeige, wenn ich drauf gucke. Silo-Gas steht da jetzt drauf. Die Modder einen auch verarschen, ne? Haben sie hinten so einen 10 kmh-Aufkleber auf meinen Ladewagen geklebt. Für was, weißt du? Maximalgeschwindigkeit. Das war schon jemals mögliche. Ja, hast du dir gezeigt, das geht schneller. Nee. Dann liegt's daran. Dann solltest du den Aus auswechseln. Aber ich würde sagen, das kannst du dann zur nächsten Folge machen. Ich würde sagen, für heute sind wir schon wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.